Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Rekordi mit mir, dem Chris und ihr seht es, eine neue Folge Super Mario Maker Und ja, der liebe Aurel hat mir ein neues Level geschickt und zwar Spooky House Heart, also Da bin ich jetzt mal gespannt, was der mir so gebaut hat Äh, ich hoffe, dass das Ganz gut wird, das Level und auch Nicht schon wieder Super Mario World Äh, Alter, was soll ich jetzt schon, ich hab jetzt schon wieder keinen Plan, was ich machen soll What? Ich hab keine Ahnung, Alter Hä? Was soll man hier machen? Äh, Leute? Wenn man das jetzt schon so anfängt, ne? Ich glaub, man muss da so rüberspringen Ich glaub, man muss da tatsächlich auf die Pflanze da drüben springen Aber ich weiß nicht, wie das gehen soll Ach ne, man kann's auch so schaffen Okay, das schafft man auf jeden Fall so Nein, nicht auf die Seite, du scheiß Pilz Okay Ich bin in der ersten Situation schon, äh, total überfordert war gerade So, den Pilz haben wir natürlich jetzt richtig unnötig verloren Aber naja Ich weiß nicht, ob man da unten hin soll Ja, es geht anscheinend nicht weiter Ich muss erst mal den Geister weglocken, sonst komm ich da überhaupt nicht hin Hä? Wieso komm ich da auch nicht? Ach doch, komm ich Ich dachte gerade, hä, ich dachte Hä? Was? Keine Ahnung Oh, was? Wieso kann man damit rechnen, Alter? Oh, dass man den Geister immer weglocken muss Und wird sonst getroffen So Aber so schwer scheint das bis jetzt noch nicht zu sein So, den nehmen wir jetzt einmal kurz mit als Schutz Kling damit alles Oh, ich wollte das eigentlich nochmal mitnehmen, um die Geister da oben zu töten Jetzt warten wir kurz auf die Flammen So, wow Das kam unerwartet Okay, hier brauchen wir einen Schlüssel Das wissen wir jetzt schon mal Okay, fuck Als ob Warte mal, war da nicht gerade noch Scheiß, ich hab den Pilz schon genommen Alter, hätte ich mal gewartet Okay, das nächste Mal weiß ich's Jo, Alter Hoffentlich kill ich so viel wie wirklich Alter, ich musste ihn da hinten Ich muss den Großen davon töten Und den, äh, Schlüssel zu bekommen Okay, ich weiß jetzt schon, dass ich sterben werde Ähm Ohne den Pilz schafft man das einfach nicht Das ist unmöglich Sorry, aber Naja Okay, jetzt muss ich halt ein bisschen warten Oder hier ist irgendwo ein Pilz versteckt Bei dem Pilz Hier vielleicht Ne Ich versuche einfach zu killen Nein, Alter, ich hatte den Schlüssel Ich hatte den Schlüssel tatsächlich Aber Der Hammerbruder hat mich noch mitgenommen dann Ich behalte den Pilz da nochmal Alter Ich hab schon wieder so richtig dumm verloren Aber auf jeden Fall Wenn ich da jetzt durchgehe Dann spawnen hier aber alle wieder Ja, ich muss das halt mit Pilz machen Und so, weil so schaffe ich's eh nicht Ist die YouTuber vielleicht noch was? Ne Okay, dann muss ich's jetzt schaffen, so Was mach ich? Ich würd sagen einfach Ich glaub, das war ganz gut Den haben wir auch gekillt Es sind ja immer noch zwei Wie soll man das machen? Holy shit Ich weiß nicht, ob ich jetzt zurückgehen soll Und die Bombe nochmal versuchen soll zu werfen Ja, ich glaub, das ist ganz gut Das ist eine ganz gute Idee Ich versuche einfach, die Bombe so gut wie möglich zu werfen Ah, scheiß Ah, ich kill ihn Ich glaub, ich hab ihn gekillt Nein, der Einzige zerlebt er noch Nein Ich wusste es Ich wusste es, er wirft genau Wenn ich da rauf springe Ja, die Bombe war scheiße geworfen Kann ich gleich direkt nochmal reingehen Aber ich find's gut, dass die Bombe immer wieder spawnt Bitte, bitte Bitte Ja, jetzt hab ich Ja, jetzt hab ich einen Pilz Yes Das hab ich gut gemacht Muss man ja mal sagen, ne Also So Wenigstens eine Halbzeitflagge jetzt Nicht Keine Halbzeitflagge What Geht jetzt hier ab Okay, das Boden Auf jeden Fall Ich brauch schon wieder einen Pilz Aber es ist hier ein Bosskampf Okay, da haben wir schon mal alles erledigt Oh, das war richtig unnötig Ja, jetzt haben wir die beiden erledigt Fuck, der schieß Feuer Der schieß Feuer Ja, nice Einmal treffen noch Dann haben wir den nächsten Einfach da unten drin lassen Nice Haben wir den nächsten Schlüssel Das läuft ja gerade Mal gucken, was hier so ist Vielleicht ist hier sogar noch ein Pilz Ja, hier ist tatsächlich noch ein Pilz, Alter Wäre jetzt hier gestorben Und hätte beim nächsten Versuch gesehen, dass es ein Pilz ist, ne Ich bin richtig aufgeregt Okay, vielleicht kommt jetzt ja ein Checkpoint Ja, hier war ein unsicherbarer Block Das war eigentlich schon klar Gut, jetzt können wir da oben in die Röhre Mal gucken, was da so abgeht Oh, wir haben es geschafft Loll Okay Ja gut Ich muss sagen, es war nicht schlecht das Level Aber ich finde ein bisschen zu kurz Also von der Schwierigkeit her war es schon okay Aber ich hätte mir jetzt ein bisschen längeres Level erhofft Also sonst war es echt gut Das muss man sagen Es kickt auch einen Stern So, wie lange habe ich jetzt aufgenommen? Neun Minuten, das reicht noch gar nicht Das reicht noch gar nicht für ein Part Dann werde ich mir jetzt mal kurz ein anderes Level raussuchen Ja, wie gesagt Stern Ähm, die zeige ich euch auch noch kurz Da seht ihr es hier Und ja, dann würde ich sagen Wir sehen uns gleich Bei einem neuen Level Bis dann So, da sind wir wieder Bei dem nächsten Level Ähm, ihr seht es Raphael hat mir das Level eingeschickt Ähm Dungeon Pay Remastered Ich weiß nicht genau, was mich jetzt erwarten wird Aber auf dem Bild sieht das schon mal ziemlich scheiße aus Also nicht scheiße im Sinne, dass das Level scheiße ist Sondern schwer Und Also scheiße schwer Ja, ihr seht die ID Wenn ihr das nachspielen wollt Schon unten eingeblendet Und ich würde sagen Let's go Okay Jetzt bin ich mal gespannt Bitte Sei nicht zu schwer Okay Muss man jetzt einfach nur ausreichen Okay, ich stelle mich einfach hier hin So Boah, das ist aber echt ätzend So, jetzt die ganze Zeit so weitergehen Und das ist Wenn man klein ist, darf man das schaffen Als ob Okay Oh, da hätte ich nicht drauf springen dürfen Da hätte ich nicht drauf springen dürfen Ach du heilige Scheiße Ist doch doch bestimmt ewig Ist doch doch bestimmt ewig Okay Boah ey, dann kommt dieser scheiß Block wieder Muss ich jetzt immer warten Dann würde ich sagen, geht man einmal zurück Ich lasse jetzt auch diese Lücke da Oh, ich muss ja immer weiter Hier ist ein Beastmatch versteckt Ja toll, das hätte man auch vorher sagen können Oh, jetzt habe ich einen neuen aktiviert Bin ich dumm, ey Okay Okay Ich muss ja gleich einfach nur rüber gehen Ein Pilz wäre ganz geil Oh, was kommt hier jetzt? Rote Nice Jetzt mal alles weggesnackt Okay Jetzt bin ich gerade ziemlich weit Mit den Bomben könnte man theoretisch das sogar öffnen Boah, es ist echt schwer hier immer auszulegen Alter, der Pilz war gerade richtig uninspected Oh, shit Äh, der Pilz sah ich schon, der P-Switch Das war gerade richtig random einfach so Oh, shit, nigga Halbzeitflagge, Halbzeitflagge Yes Scheiß drauf, Alter Hauptsache die Halbzeitflagge bekommen Alter, das war gerade richtig Ich habe mich richtig erschrocken, als ich den Ding jetzt gesehen habe Oh, was geht da oben ab? Kann man doch schon irgendwie abkürzen? Nee, kann man nicht Schade Das wäre cool gewesen Boah, Alter Oh nein, was geht jetzt ab? Was geht jetzt ab, Alter? Nicht so eine koschen Jumps hier, ey Obwohl, das kann ich eigentlich relativ gut Also sobald man hier einmal runtergefallen ist, kommt man hier nicht wieder hoch Dann kann man theoretisch nur noch durchrennen versuchen So, aber das sind ja immer die gleichen Jumps, die gleiche Entfernung immer Muss halt nur die Kettensägen ein bisschen abwarten Dann Kann man das easy machen Oh, oh shit Oh, oh Oh, Alter, ich wäre fast noch runtergefallen Habt ihr das gesehen? Holy shit, Alter Alter Alter, wäre ich da jetzt runtergefallen, ey Alter, dann wäre ich mehr ausgerastet Aber richtig hart Ja Und das nächste Level geschafft Ähm Leute, was ist mit euch los? Zu easy, würde ich sagen Zu easy Aber ein Stern auf jeden Fall verdient Wäre das ganze Level jetzt immer so weitergegangen Mit den, äh Peacewits aktivieren Das wäre Äh, dann Boah Okay, dann wäre ich wahrscheinlich nochmal draufgegangen Aber Das zum Schluss mit den Jumps Das war ja relativ easy Aber naja Ich würde sagen Zwei Level reichen für heute Ich weiß jetzt nicht, wie viel das ungefähr zusammen sein wird Boah, das ist immer noch ziemlich kurz, glaube ich Aber ich habe jetzt schon zwei Level gespielt Ich glaube, das reicht erstmal Und Ja, ich würde sagen Äh, die kann ich euch ruhig auch nochmal zeigen Zwei Wieder Sehr gute Level Auch wenn sie Das zweite war ein bisschen einstürziger Natürlich und das erste war ein bisschen zu kurz Aber sonst war es auf jeden Fall gut Und ja Ich würde sagen Danke fürs einseitende Level Ihr könnt mir gerne Weiterhin ein Level einschicken Und Ja, ich würde sagen Bis zum nächsten Mal Tschau Leute